So, jetzt zu dir, mein lieber Freund. Weißt du, dass du ein sehr geiler Kollege bist? Was ich dir schon mal sagen wollte, ist, es ist großartig, was du hier ablieferst. Teilweise. Was machst du gerade? Ah, du arbeitest am Computer. Wow. Übrigens, sehr geiler Computer und tolle Stifte. Prima. Du bist sehr, sehr geil. Super geil.